Boah, das war ein Kopfdruck. Ui, haut lieber ab, ihr Arsch. Das war dein Charakter, ich habe es gehört. Boah, ich würde sowas niemals abholen. Leute, ich benutze, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. So, jetzt tun wir hier hoch. Was für ein Flug. Geil, ne? So viele Mondsteine, was soll das? Wenn wir nur noch reich hier, oder wie? Ich gehe die andere Seite, du die andere. Okay. Ich habe nicht gesehen. So, wie ich will. Die RedBelly Gang wird dir gefallen. Sie war zweiter im letztjährigen Torquenessen. Drauf gibt es auch nicht, ey. Das hätte euch so gemacht. Ja, wir sind hier ein bisschen fies drauf. Ey, jetzt geh doch mal die Treppe hoch. Hey, wir wissen, du. Ach, du hast dich schon wieder geheilt, hast du? Ja, also meine Dings, meine Drohnen. Aber danke. Was machst du denn da? Machst du Erdkunde? Geh mal weg. Der liegt ja da auf dem Boden. Und wieder eine neue Stärkung. Super. Ja, jetzt. Hast du das alle? Einer läuft hier doch rum. Jetzt ist wieder der Tod. Jetzt ist wieder der Tod. Oh, das esseh ich denn da. Ich glaub, das waren jetzt alle. Okay, zurück einsam. Ich denk, das sind alle, ne? Klar, kommt da der Nächste. Okay. Kommst du zurecht mir denn? Hallo, kann da mal welche Dauern gehen hier? Der hält ja viel aus. Der hält ja viel aus. Level up. Was? Bin schwer beeindruckt. Komm wieder her. Wintertanz, ey. Schauen wir mal, was das kann. Ich glaub, du müsstest auch gleich wieder ein Level up sein, oder? Kann gut sein, ja. Wo seh ich das? Runden ist so ne Leiste. Ah ja, dann hab ich's bald, ja. Du musst ja alles tracking, kurz. Hey, sag mal, wie viele Gegner sind denn noch, ey? Das ist ein innen, in hinten, an auf! Weil's ein kleiner Rundfluss, ey. Unnormal, wie viele Gegner hier jetzt auftauchen. Hei-Long! Hey, gut, den kannst du auch zu viert zocken, ne? Ja. Ah, zu viert wär, das ist jetzt hier was anderes, irgendwie, ne? Ich bin. Das ist halt früher drei Leid mitzockt. Ja, deswegen ist es noch besser, wenigstens mal immer dabei zu haben. Ne, allein. Ich bin so der Coop-Typ, keine Ahnung. Keine Ahnung, die hab ich jetzt nicht gesehen. Ich hör nur wieder Laser. Warte mal. Jetzt, ich bin drauf. Ich hoffe, dass nicht den Laser sind die Raketen, die noch... Oh, okay. Hey, das war nicht genau. Das war doch nicht Gegner. Doch. Jetzt gehen wir wieder zum verrückten Roboter zurück. Oder fahren, was er gesagt hat. Ja, Gegner. So, Prüfung verstanden, was sagt sie jetzt? Sag mal, hallo? Du hast dich als würdig erwiesen und deine Initiation ist fast abgeschlossen. Ich schicke die Position eines, eines anderen Eingangs auf dein Echo. So, dir ist schon klar, dass du direkt vor einem gigantischen Tor stehst, oder? Äh, ich hab an der Steuer herumgefummelt und da hat sich was drin verklemmt. Die Tür geht also gerade nicht. Aber kannst du die Zeit dir ein? Ah ja, rumgefummelt. Siehst du, wie der aussieht? Es lautet... Boah, ey. Ein edler, aber gefährlicher Roboter! Allein, geheimnisvoll! Verzweifelt in seinem Wunsch nach Liebe! Gott sei Dank hast du nicht Claptrap genommen. Ja. Weil der ist wirklich... ...nervig ohne 3. Der hat zwar einen Skill, äh, wo man so gesehen die sämtlichen, äh, kopiert von anderen ab. Und ich weiß gar nicht, warum ich zu Fuß gehe. Ich wollte dich schon fragen, aber ich hab gedacht, naja, es wird wahrscheinlich gleich um die Ecke sein, deswegen. Geil, wir können ja sowieso nicht mit dem Auto hin. Kann ich hier? Nö. Ich glaub, dann nimmt man doch wieder ein Auto. Oh man. Ist ja einfacher von Allah. Ja. Fahren. Oh. Ich mach's einfacher. Ich hab's aufgelaufen. Direkt zum Fahrzeug teleportiert. Kannst du auch machen, wenn ich losfahre, zum Beispiel. Auf dem Gerät. Mhm. Dann steht da zum Fahrzeug teleportieren. Gefunden? Ja. Äh, das obere oder das untere? Das obere. Ja. Da bist du ja. Yay. Das heißt, wenn ich mal losfahre und mich nicht, dann kannst du zu mir hinterfangen. Ja, ja, alles klar. Gute Sache eigentlich. Gute Sache. Äh, ach da. So. Wie du siehst, hier müssen wir wieder aussteigen. Ja. Toll, ne? Du lässt die ganze Kisten auslegen. Warte mal. Wupp. Wupp. Riederheim möchte gern mitglied. Ich hoffe du kennst das Passwort. Ah. Ja, weil meine Munitionskommstil ist. Das ist das Passwort. Du kannst rein. Moment, wo ist der blöde Schalter? Hier. Damit kommst du zu dem geheimen Eingang. Yay. Sag ich auch immer. Moment, wo ist der blöde Schalter? Ach, da ist er ja. Hahaha. Was ist hier los, Red? Vor allem so geheim sieht der Eingang irgendwie nicht so aus, aber. Das ist kein neuer Recruit. So viel ist klar. Genau mein Gedanke. Oh, wir reden wie denn? Genau meine Gedanke. Die sind Schipmer. Hahaha. Jetzt bist du ja der Neuen. Ja. Ja, ja, ja. Warte mal, dann tue ich gleich meinen Fähigkeitenpunkt hier verteilen, weil... Jaaaa. Aber wie gesagt, immer am besten bei den, äh, Druiden da oder was. Das heißt... Drohnen, ja. Die sind deine Stärke. Mhm. Deine Stärke sind... Das heißt, wenn du mal guckst bei den Skill-Bäumen, ich glaube, da müsste auch irgendwo stehen, dass du mehr Gesundheit oder dass einer mehr Schaden macht oder sowas. Ja, ja. Was wechseln? Was? Ich habe nur noch 38 Schuss mit der Sniper. Ja. Auch gut. Komm doch schon weg. Ich glaube nicht, dass du davon kommst. Da ist ein bisschen Mühe, aber du können Sniper. Fliegen da oben. Wow. Das war eine schöne Entfernung. Dann kam ich trotzdem noch nicht. Ja, du machst mich schwer, ich habe ich gesehen. Ey, tanzt doch nicht so rum. War denn das? Ich habe... Jetzt ist er erledigt. Das war's. Guck mal, ob ich hier gesundheit kriege. Ich muss geheilt werden! Du dummes Ding, ey! nach der alles gehalten muss jemand gehalten würde frage ich muss doch gehalten jetzt automatisch ein neues schild online ist schon wieder alles voll hier ist noch ein klassenmotor nicht nur was ist ein klassenmotor ja für deine klasse halt dass du halt stärker wirst dadurch ist dann nur für dich zwei sind hier einmal max gesundheit also und dann noch ein anderer aber keine ahnung ob das brauchen wir gucken erforderliche klasse doppelgänger torne in forse bin ich oder ja ein forster doppelgänger wäre jack gewesen ja wieso bin ich denn voll keine ahnung ich war eben auch voll also habe ich herzlich willkommen so habe ich nicht vor der sniper so wenig schuss was machst du zeugs verkaufen um mir jetzt diesen mod zu kaufen ja ich muss nur gucken mich den ausrüst musste da unter ausrüstung dann wieder gucken die sind alle kategorisch geordnet dann kommen erst waffen dann kommen die schilde dann kommen glaube ich kanaten ganz habe ich den ausrüstung willkommen wenn ich dich heilen nina mund halten da redet keiner was ist ein neuro backup weißt du das keine ahnung ist bei persönlichen gegenstehen muss nur mal angucken ach so hast du so so ein echo oder was keine ahnung ein neuro backup steht bei dem genau das machen kann so die signal kommt noch ein watt für die signalquelle ich habe auf jeden fall jetzt fast 300 kapazität an schild ja ich habe 264 und ich habe 288 mit der weite warte man kann sich noch mal irgendwas hier token kann ich noch vergeben einlösen und ich habe zwei stück ich glaube waffen genaustreis ja jeden fall mache ich auch nachhaltigkeit auch aus der munition oder hat voll nicht also voll nicht doch nur noch können du kannst auch vier geht es auch zusammen okay da brauchst du nicht klick klick machen ja ja so jetzt haben wir wieder diese komische kiecher ja 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 das ist aber es gibt auch manche kreaturen die sind resistenz gegen elementar vor allem wenn sie das auch schon wieder mit stein wir haben schon 19 monstern ist es das war bald mal wieder ausgehen aber momentan kommen wir ja noch gar nicht in die stadt aber momentan kommen wir ja noch gar nicht in die stadt ja 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 ja